hey ho leute und langsam wird es richtig 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 spannend das wird ja mal voll schnell oh ja das ging echt schnell alter wieso lädt das so schnell weißt du vielleicht ist nur die hälfte vom spiel egal ja letzter vorletzter an und wir müssen irgendwelche damen jetzt müssen wir glaube ich erst mal verbürsen wundervoll dass die kieche entgegen haben scheißen, mach halt ach man, scheiß nachladen So, mein Gott, ja, mach das mit der Waffe echt viel nackt an. Entschuld. Da kommt der Hubschrauber. Gut dann. Nehmen Sie ihn recht. Ach, sind die alle schön runtergefallen. Das ist richtig, ja. Ich komme rechts. Ich glaube, wir können vorrücken, oder? Ja, ich glaube rechts müsste noch was sein. Wow, fuck. Bei den AMG habe ich. Hunde sind nicht gut. Hint! Boah. Also ich habe eh gedrückt, aber irgendwie hat er überlebt. Ab dich. Danke schön. Bitte. Ich sehe ihn nicht, Alter. Ja, den wollte ich auch mal. Ich habe nur gehittet, ey, die kann irgendwo auf dem Boden rum. Wow, 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 wow. So. So. Sieht gut aus. So. 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 Ich hau jetzt mal ein bisschen mit Größe im Rappen rein. Triple Abschuss. Sehr schön. Noch mal zwei. Wo bist du? Die Scheiße, du bist sehr weit vorne. Soll ich zu dir nach vorne kommen? Ja, ich bin da. Ich muss gerade so ein bisschen was hier an der Linksweg machen. Gegen an. Rechts von uns. Ich sehe ihn nur nicht. Oh, da sind zwei. Drei. Ganz viele. Auf dich. Die Spiele sind übrig. Ich mag dieses Hybrid Visier nicht. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall. Fakt her. Boah, dann... Gehen wir mal hier an dem PC. Drei Punkt übrig. Zack. Au. Also manchmal halten die Typen echt einiges aus. Ich finde das geht eigentlich. Das ist eigentlich immer nur ein Schuss bis zwei Schuss. Auf das Dach, Metal 04. Wolltest du? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten. Ah ja, ich geh mal hin. Metal 04. Alle Verschlüsselungscodes gesichert. Vorrücken zum Dach. Hoch. Wo kommst du? Hoch, hoch, hoch. Bin unterwegs. Das Gefühl, da erwartet uns bestimmt noch einiges. Glaub ich. Auch. Auf das Dach, Metal 04. Ja, wir sind noch unterwegs. Metal 0, was weiß ich wie viel. Bestimmt 01, weil er sich cool fühlt. Ja, das ist richtig. Ich geh mal hoch und check mal die Lage. Da kommt ein feindlicher Hochschrauber. Ich bin unter dir. Okay. Umliegende Dächer. Gehst du? Da ballert schon irgendwas. Ja, warte mal. Ja, jetzt können wir das Dächer hier mal brauchen. Ja. Gehst du vor? Kann ich machen, ja. Oh, hier liegen Scharfschützengewehre rum. Ah, sehr geil. Sag mir mal eins. Ach, das hast du? Ja, da liegt noch eins. Nein. Da lag eben noch eins. Nein. Magst du's haben? Mir ist das egal. Ich lass auch mal spielen. Ich seh jetzt grad nix mehr. Das ist doch schön. Sieht gut aus. Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, als würde es vielleicht richtig abgehen. Ah, den Hubschrauber kann man nicht kaputt machen, oder? Aber die Typen, die da rauskommen. Ja. Aber die Typen, die da rauskommen. Ja. 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 Von wo? Von wo? Von den Dächern, du musst mich... Scheiße, ja. Ich fahr aber. Kacke. Ey, so knapp. Ja, dann eben nochmal. Aber schöne Mission an sich. Ja. 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 So. So, schauen wir nochmal hier. Ja. Jetzt haben wir noch... So. 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 So, der ist hochdown. Andere gehittet? So. 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 Die Plätze ist da an Da ist noch einer Oh, der Hund hat mich dabei Sehr schön So, geschätzt hab ich auch Da ist irgendwo eine Raketenwerfer Ich höre da irgendwo was bellen, hab ich das gefühlt Okay, ich nicht, aber ich sehe noch ganz viele Gegner So Sieht ganz gut aus Jo Die Verschlüsselungscodes sind irgendwo auf dem Börsenpaket Finden und zum Dach bringen Nein, warum macht der automatisch dann das ein Visier dran Das war eben auch schon Dass wir hier nicht haben So Ah, scheiße, nachladen So, dann gucken wir doch mal Sieht gut aus Aber ich glaube, irgendwo stand noch einer eben Ich glaube hier Muss kurz nachladen Ich bin schon wieder falsch Das ist gedrückt Ey, ich raste hier raus Hinter uns kommt was durch Greiße Ich glaube hier Ich raste mich von Polen Ich raste mich von Polen Ein 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 Dann machen wir mal hier, den? Woa! 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 Ist nur eine Fleischbunde stillhalten, ja, ist klar. Von wo? Ich weiß es auch nicht. Ach, ist das Gas? Okay. Dann rennen wir doch mal hier die Hilfskonstruktion hoch. Ich würde sagen, diesmal kümmerst du dich um die... Oder willst du scharfschützen und ich kümmere mich um den Rest? Jo. Ist ja eigentlich Pumpe. Metal 04, feindliche Truppen auf den umliegen der Dächern. In Deckung gehen und Sektor halten. Da auf dem linken Dach steht dann auch noch was. Ja. Ich weiß. Da kommen gerade die ersten runter. Shit, man. Ist noch dein. Kein Problem. Äh, hattest du hier hinten noch irgendeine große Bombe oder sowas gefunden? Nö. Eine große Bombe hast du doch dabei. Ah, hier liegt übrigens auch noch ein Scharfschützengewehr. Ah, okay. Von hinten steht einer. Wo kommt der denn her? Wahrscheinlich vom Hubschrauber schon. Ne. Battle 04, der Upload war unvollständig. Upload-Sequenz sofort neu starten. Ist aber doof. Muss ich etwa hier hinten stehen bleiben oder was? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Wo ist denn der Kack-Ding? Sehr schön. Wow. Was ist das denn jetzt? Ich weiß es nicht. So, das zieht hier nichts. Ne, ist auch nicht genau in meiner Gegend. Hallo, du bist 50% abgeschlossen. Laden wir gerade nach. Okay, ja. Da kommt ein Hubschrauber. Von wo? Von da. Ja, der seilt die Typen ab. Gegen den können wir eh nicht viel machen. Ah, dann nehme ich in 4. Die ist kaum besser. Ja, oder guck du auf die Dächer, ich hole die Typen runter. Wow. Jetzt muss ich die Position wechseln. Ja, ich hole noch nicht mehr die Heddy. So. Unten ist einer. Scheiße. 50% abgeschlossen. Achtung, Wettkanate. Noch eine. Unten der ist down. Ich lade auch nochmal grad nach. Auf dem Dach gehts wieder rund. Jo, ich wechsel zum Sniper. Bei hab ich, muss nach nach. Wow. Ah, Giftgas. Wow. Wow. Bleib da. Ich komm zu dir. Upload zu 75% abgeschlossen. Ich geh wieder vor und zu dem Code. Dass sie mich wieder abbrechen. Alles klar, bin wieder da. Alter, ich hänge hier irgendwo fest. Ich kann mich nicht hinlegen. Scheiße. Wie kinden. Ich hab's gepackt. Ich roll kurz das Dach frei. Komme zu dir. Wow, 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 wow. Hey, kack Bugs. Ich hab irgendwie zwischen den Säcken gehangen. Man konnte nicht raus. Wie mehr Deco? Ah, fuck. Ich hab die linke Seite klar mit dir. Metal 04 Upload vollständig. Sehr schön. Blackhawk unterwegs zur Abholung. Ankunft den 2. Wow. Jo. Sehr schön. Ja, Leute, dann zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Bis zum finalen Part, ja. Genau. Tschau.